Über den Sinn in der Psychotherapie. Es ist natürlich wichtig, wenn wir Psychotherapie mit Klienten betreiben, dass wir an eine Sinnhaftigkeit denken, dass wir dem Klienten klar machen, welchen Sinn seine Psychotherapie macht, warum er sich in Psychotherapie begibt. Darüber hinaus, also wenn wir jetzt nur den Sinn betrachten von Psychotherapie, also von dem Prozess von Psychotherapie, dann ist es sicherlich etwas ganz Wichtiges, was wir immer wieder erörtern müssen. Warum macht es Sinn, dass du zum Beispiel was anderes lernst? Dass sie eine andere Erfahrung machen, dass sie einfach eine andere Sichtweise von etwas bekommen, dass sie eine andere Perspektive von etwas bekommen. Und was ist der Sinn dieses therapeutischen Bezuges, der hier passiert? Warum macht Psychotherapie im speziellen Sinn? Nicht egal, welches Verfahren ich verwende, ob ich jetzt Hypnose verwende, Entspannung, ob ich eine Anleitung zur Meditation gebe, zur Kontemplation, was auch immer. Also das zu erklären ist etwas sehr Wichtiges und hier spielt die schon genannte Psycho-Edukation eine ganz, ganz wichtige Rolle, die Aufklärung darüber, was Psychotherapie tut und was sie eben nicht tut. Also die Möglichkeiten zu erklären, die sinnvollen Möglichkeiten zu erklären, die eine wichtige Rolle spielen. Natürlich ist es auch ganz wichtig, dem Klienten immer wieder das Sinnvolle seines Daseins zu beschreiben. Also die Fragen zu stellen, was macht Sinn in ihrem Leben? Was macht Sinn, wenn sie beispielsweise ab und zu an Dinge sich erinnern, die im Leben gelaufen sind? Und es gibt immer wieder Zeiten, hoffentlich auch Zeiten für Menschen, das ist ja nicht nur im Winter so oder nicht nur so, wenn wir zur Ruhe kommen, wo Erinnerungen auftauchen, wo Erinnerungen auftauchen aus unserem Leben, egal ob sie jetzt bewusst angetriggert wurden, also irgendwo ausgelöst wurden oder einfach so entstehen in der Reflexion, in dem sie sich einfach treiben lassen und dann die Erinnerungen entstehen lassen. Das ist ja ein ständiger, ein ständiger mentaler Fluss, der hier passiert. Es ist egal, wie der eben angelegt wurde, ob er eben bewusst inszeniert wurde oder durch eine Assoziation, eine wahrnehmende Assoziation entstanden ist oder einfach so kommt, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass der Mensch bemerkt, dass er sich an etwas erinnert, dass ihm plötzlich eine Person, eine Episode von Bezug zu anderen Menschen oder etwas, was er erlebt hat, im Leben vor Augen ist und dass er sich dann damit auseinandersetzt und dass er natürlich in der Folge dessen den Sinn erkennt, warum ist das so, warum habe ich mich jetzt erinnert an diese Sache oder warum beschäftigt mich das gerade an diesem Vormittag, Abend, wann auch immer. Allein das macht Sinn zu sagen, da ist jetzt etwas, was da ist. Nicht, dass die Leute haben auf die Einstellung vielleicht, das ist etwas, was mir jetzt gar nicht recht ist, weil ich müsste mich eigentlich auf meine Arbeit vorbereiten, ich müsste mein Kind vom Kindergarten abholen, Gott weiß was. Also diese Planbarkeit der heutigen Lebensführung bei Menschen ist ja sehr verbreitet und dieses in der Agenda Leben spielt für viele eine wichtige Rolle und da kommt ihnen eben sowas, was gar nicht geplant ist, was überhaupt nicht irgendwo in der Absicht ist, in der Zielführung ist. Das geht ja oft um Zielansprachen heutzutage. Viele Menschen orientieren sich dann nur noch an Zielen und wundern sich dann möglicherweise, wenn plötzlich etwas auftritt, was unvorhersehbar war. Und genau das macht Sinn, auch das macht Sinn, neben dem Vorhersehbaren, neben dem Antizipierbaren, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Ja, warum ist das gerade so jetzt nicht, dass diese Erinnerung passiert? Ich habe vielleicht eine neue Beziehung gerade begonnen mit einem Menschen, den ich sehr liebe und den ich sehr attraktiv finde. Und das ist eine tolle Sache, die praktisch von automatisch läuft. Also man kann ja auch, wenn eine neue Beziehung sich anbart oder wenn sie sich einfach zeigt, kann man auf das vertrauen, das automatisch läuft. Die Person ist einem zugewandt und man ist der Person zugewandt. Es läuft automatisch. Als ich das das erste Mal in meinem Leben begriffen habe, dann dachte ich, okay, jetzt kann ich mal einfach loslassen und das genießen, was hier von selber passiert. Aber in so einer Situation passiert dann zum Beispiel auch das, dass man sich erinnert an frühere Dinge von Beziehungen beispielsweise. Und dass man sich das gerade fragt, wieso erinnert mich das jetzt an eine frühere Beziehung, die ich mit einer Frau hatte oder einem Mann hatte. Warum ist das so? Wieso geschieht das so? Ja, und natürlich ist es so, dass alle Dinge im Leben, alle mentalen Dinge, alle psychischen Dinge, die passieren, einen Sinn machen und irgendwo sinnvoll sind, weil sie stets dieses ganze Gebilde von mentaler Möglichkeit repräsentieren und weil sie bei Gelegenheit das auch repräsentieren, buchstäblich bei Gelegenheit, wenn ich vielleicht nicht damit rechne. Und dass ich das genauso annehme und anerkenne und mich damit beschäftige und mich einfach darüber zum Beispiel auch freue, dass das jetzt gerade in Erinnerung ist, auch wenn die Erinnerung beispielsweise unangenehm ist. Das geht ja im Leben keineswegs darum, dass man immer nur Angenehmes haben will, was wir natürlich gerne haben als Menschen. Wir wollen immer in sehr, sehr angenehmen Zuständen sein. Aber die Wirklichkeit ist die, dass Unangenehmes neben Angenehmen steht. Und dass aus dem Unangenehmen ganz automatisch etwas Angenehmes wird, etwas auch Erstrebenswertes in dem Sinne von Glück und Zufriedenheit und all das. Und aus der Zufriedenheit und dem Glück und dem Schönen und der Ekstase eben auch wieder das Negative passiert. Beides ist wichtig. Und wenn man beides begreift, dann erkennt man vielleicht auch die Sinnhaftigkeit von Lebensfluss generell. Dass es also schöne Sachen gibt und schlechte Sachen gibt. Dass es unangenehme Sachen gibt, dass es anstrengende Dinge gibt, die uns widerfahren und an denen wir uns auch messen, die wir auch bewältigen müssen. Ja, und auf jeden Fall denen wir uns stellen. Und danach gibt es wieder ein Ausruhen. So beispielsweise wie wenn man auf den Berg steigt und das sehr beschwerlich ist und sehr heiß ist und viel Kraft und Mühe kostet. Und dann stehst du oben auf dem Berg und du kannst das genießen, diese Aussicht, die dir jetzt passiert. Und du kannst dich ausruhen. Und danach gehst du runter und genießt dieses Runtergehen. Das ist nicht mehr so anstrengend, wie vielleicht das Hochgehen war. Oder umgekehrt. Es spielt gar keine Rolle. Also ein stetiger, wechselnder Fluss, ein sich abwechselnder Fluss von Angenehmen und Unangenehmen. Und so ist das eben auch in Erinnerungen. Insofern machen Erinnerungen einen Sinn. Nicht, dass ich sie ausbeute und sage, ja, was will mir diese Erinnerung jetzt sagen? Vor was will sie mich in dieser angesprochenen neuen Beziehung warnen? Vor was muss ich aufpassen oder so? Das könnte sicherlich sein. Das ist sicherlich eine Botschaft davon. Aber es ist auch eben was anderes in dem Sinne von geschehen lassen. Also was macht im Leben auch allgemein Sinn für den Menschen? Wie sinnhaftig ist sein Leben? Ich stelle diese Frage gerne so am Ende einer Exploration, einer Anamnese, eines Orientierungserstinterviews, wo ich nach vielen Symptomen, die man abfragen kann, Störungsmöglichkeiten, die man abfragen kann, eben auch diese generelle Frage stellt nach dem Sinn. Was macht Sinn in ihrem Leben? Was macht bisher Sinn in ihrem Leben? Und dann sagt jemand vielleicht, ja, hat irgendwie keinen Sinn, weil ich arbeite jeden Tag und ich arbeite zu viel und ich habe zu wenig Zeit für meine Familie oder ich habe zu wenig Zeit für mich selber. Und wenn ich dann Zeit habe, ja, dann schlage ich sie irgendwo tot, dann trinke ich etwas, dann mache ich Party, irgendwas, wer hessen Sachen. Aber ich komme eigentlich nicht auf den Sinn von Sachen. Also es gibt viele Menschen, die das gar nicht erkennen können oder gar nicht überblicken können und die sich das auch nicht zusammenreimen in der Form, dass sie immer wieder nach dem Sinn fragen von etwas. Die Sinnfrage tritt ja dann spätestens auch auf, wenn wir uns unzufrieden fühlen mit etwas, wenn wir frustriert sind, wenn wir über längere Zeit schlecht gelaunt sind, also dysphorisch sind oder vielleicht sogar depressiv sind in der Zeit lang und dann fragen wir uns vielleicht nach dem Sinn oder wir erkennen dann auch keinen Sinn mehr irgendwo. Wenn man keinen Sinn erkennt, dann wird das Leben natürlich schwierig und dann wird das Leben unangenehm und vielleicht sogar bis zu dem Maße, dass es unerträglich wird und man Suizidgedanken hat. Also das ist ein wichtiger Aspekt zu sagen, was macht Sinn jetzt einfach auch nicht, dass ich dieses Leben so führe. Und ich würde sagen, das Leben macht an sich Sinn. Also die pure Gnade im Leben leben zu dürfen in diesem Gnadenzustand, wenn ich das mal so ausdrücke an dieser Stelle, ist ja schon etwas Sinnvolles. Es könnte ja auch ganz anders sein. Es könnte ja auch die pure Hölle sein oder nur ständiger Schmerz oder etwas. Aber das Leben an sich in den Abläufen, die wir assoziieren und die wir immer wieder neu assoziieren und denen wir dadurch einen neuen Sinn verleihen im Leben, ist ja etwas Sinnvolles. Es ist eine Story. Das ist ein Film. Das ist eine Dramaturgie. Das ist deine eigene Dramaturgie. Das ist deine eigene Lebensgeschichte. Das ist deine eigene Geschichte, die du immer wieder dir erzählst und die du eben auch umerzählen kannst, wo du neue Aspekte hinzufügen kannst und anderes vielleicht wegnimmst. Also Dinge durchaus verdrängst und nicht wahrnehmen willst, weil das einfach so ist und andere Dinge in den Vordergrund stellst. Und das wandelt und ändert sich stets. Das ist immer wieder etwas Neues und das ist dadurch nicht festgeschrieben. Es gibt keinen festgeschriebenen Sinn des Lebens, außer dem philosophischen oder diesem gerade angesprochenen Sinn, dieser Sinnbedeutung, sondern es ist das, was Menschen in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Lebensgeschichte füllen. Sie füllen ihr Leben mit dem Sinn oder ihr Leben füllt den Sinn. Das ist vielleicht besser ausgedrückt. Ihr Leben macht es automatisch und ist sinnvoll an sich. Vom ersten Atemzug an bis zum letzten Atemzug ist es etwas Sinnvolles, dem zu begegnen, was da ist. Egal, ob positiv, ob negativ, ob dunkel oder hell. Es spielt keine Rolle. Also einen Klienten dazu zu bringen, diesen Sinn zu erkennen und ihn so ein Stückchen zu begleiten, dass er seinen Sinn besser erkennen kann, ist etwas ganz Wichtiges. Wir können natürlich auch solche Themen ansprechen wie, was macht Sinn in deinem Beruf? Es ist wichtig, eben meinetwegen 10.000 Euro im Monat zu verdienen, dich aber vollkommen abzuarbeiten und im Grunde genommen fremdbestimmen zu lassen von etwas, was für dich gar keinen Sinn macht. Also wo du nicht mit deinem Herzen dabei bist, was wir oft sagen, oder das Meinen in der Art. Bist du mit dem Herz dabei? Also motiviert dich das? Ist das immer wieder interessant, jeden Tag, auch wenn es schwer ist von der Arbeit her? Diese Fragen zu stellen, spielt immer wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist auch etwas Entscheidendes in der Psychotherapie. In der Psychotherapie geht es keineswegs darum, zu sagen, ich muss weiter funktionieren, wie bisher auch. vielleicht roboterhaft, mechanisch, im Reflex dessen, was so ein Alltagsleben von mir verlangt, sondern immer wieder das zu überlegen, will ich das noch oder will ich das nicht mehr? Wie lange muss ich das noch aushalten? Wie lange darf ich das aushalten auch? Wie lange muss ich das aushalten? Und an welchem Punkt ziehe ich eine Grenze und sage, soweit nicht mehr? Und ich fülle das mit einem anderen Sinn, beispielsweise in der Arbeitswelt, aber auch im Beziehungsleben und so weiter. Also diese Sinngebung von Dingen spielt letztendlich immer wieder eine ganz wichtige Rolle. Die Bewusstheit darüber, sich damit auseinanderzusetzen, auch sich damit auseinanderzusetzen, ist etwas ganz Wichtiges. Und keine Psychotherapie kann an dieser Frage vorbeigehen. Und wir meinen natürlich hier in diesem Curriculum eine integrative Psychotherapie, die mit verschiedenen Aspekten von entwickelten Psychotherapien umgeht und insofern auch nicht nur eine Dressur veranstaltet, nicht nur eine Konditionierung veranstaltet, nicht nur eine blinde Erfahrung veranstaltet, sondern sagt, was macht hier Sinn an der Sache und wo erkenne ich ganz persönlich meinen Sinn? Das ist unsere Aufgabe als begleitende Psychotherapeuten, den Menschen dahingehend zu helfen. Wie gesagt, eine Möglichkeit, eine Perspektive ist, dass ein Mensch einfach nur anerkennt, dass das, was er bisher in seinem Leben erlebt hat, egal ob ganz schlimm oder ganz gut oder was auch immer, ist einfach sinnvoll an sich. Und es ist eine Geschichte, die es einfach nur zu erzählen gilt. Das ist eben die Narration, das Geschichtenerzählen dessen, was da passiert ist. Und damit es bewusst werden, dem einen Ausdruck geben, einen Ausdruck zu finden, es aufzuschreiben, daraus eine Geschichte zu machen oder nur ein Tagebuch oder es einem Psychotherapeuten zu erzählen oder einem Partner zu erzählen. Psychotherapie hat ja auch immer das Anliegen zu sagen, das, was die hier neu bekommen an Fertigkeiten der Psychotherapie, das bringen sie hoffentlich, diese Menschen hoffentlich in ihr Leben hinein und erzählen das ihren Partnern oder ihren Bekannten und all das. Das ist etwas Wichtiges, das immer wieder mitzuteilen und diese Mitteilungsmöglichkeit, dieses Ausdruck geben und dafür ist unsere Sprache ganz wichtig, auch unsere menschliche Sprache ganz wichtig, spielt eine entscheidende Rolle.